Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Roadmap von Momo. Wir wollen mal ein bisschen was Main fahren, hatte ich ja gesagt, ne? Ich würde auch gar nicht mal woanders hinfahren, deswegen gucken wir gerade mal. Wir müssen gerade mich nur so ein bisschen orientieren. Aber wir wollen ja Cross-Main für Hoy und... Wir müssen hier noch. ...für Hoy und Silage, ne? Deswegen muck ich das jetzt. Ob vor Ort. Der Stroh hat dich gepresst, ne? Ist fertig? Ich glaube, das sind jede Menge Ballen. Jetzt heißt es eben Cross-Main für Hoy und Silage. Und dann werden wir, glaube ich, hier Fretter drauf streamen. Überall dann kommen wir hier Bollen vor und dann haben wir ein schönes Stream-Programm. ...würde ich vorschlagen, ne? Ich glaube, jetzt komme ich da ein bisschen hin, ne? Das wäre ich cool. Ja, 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 ja. Ach, das ist hier. Also... Korrekt. Das ist unsere Wiese, ne? Ne, das ist nicht unsere Wiese. Bin ich jetzt falsch gefahren? Ne, ich bin doch richtig. Das ist ein wenig verwirrend, die Map. Ne, wir sind richtig. Hier müsste es jetzt gleich sein. Hier ist unsere Ecke. Die erste. Das ist die erste unserer Ecken. Mann, 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 ey. Ist das verwirrend. Mach mal an den Hügel. Ja, 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 ja. Und noch. Ich bin jetzt schon vorne runter, ne? Ne, breit runter, glaube ich. So, jetzt mal gucken. Wenn wir hier heuen. Ja, wir können hier heuen. Ja, wir können hier heuen. Das ist ein bisschen schwer mit dem Mähwerk, ne? Jetzt wollen wir uns sowieso haben. Vom lieben Wüßchen, YouTube. Das ist ja alles ähnter. Deswegen müssen wir jetzt mal so mischen und die Gäste gelaufen. Das ist ja eine Stöße von, ne? Die ist ja ganz so schief. Wir können nur rumpaun. Das ist ja ganz so schief. Das ist ja ganz so schief. Aber... Kannst du auch nie wissen, ne? Mit Wegen ist immer vorsichtig. Aufpassen hier mal so, ne? Ja, kannst du auch mit Innenansichten, ne? Da muss ich ganz schön quälen, ne? Toll, da ist auch ein langer Eck, vorn. Ich meine, dass die Morsche auch nicht von da ist. Da ist ja ganz so cool. Die Flächen sind hier generell sehr groß, ne? Also das müssen wir auch sorgen, ne? Aber die Flügel müssen wir nicht sehr, da kriegen wir Spaß in der Woche. Das sei ja jetzt schon. Was bleibt die Fläche? Ja, man Quältziger ey. Keine Grenze. hier sehe ich in der leistungskonze schon zu klopfen hier aber so sehen wir auch mal eine andere fläche nicht immer nur dasselbe an den Hof, auch mal was anderes fand ich ganz cool ja, finde ich gut wenn wir noch mehr Flächen, stellenweise brauchst du hier Land und dann hast du da noch zwei, drei kleine Flächen dazu ist aber auch ganz gut so wir gucken, ob wir noch zum Herbst oder früher ein bisschen was umgerechnet aber Brass konntest du eigentlich nicht genug haben Brasswes kann Maissex sein das ist ja auch ein Vorteil wenn ich das so gehört habe, kommt ja auch irgendwann jetzt bald Mais Plus aber ich weiß ja nicht, ob das alles so stimmt dann bin ich nochmal gespannt dann wird wieder alles anders das sind schon Projekte, oder? die Happy Fitness Desequeren auch nicht aber die können es schön mit innen an sich Ne, das gefällt mir, das ist gut. Bleibt erst mal an der Meerwege. Jetzt siehst du ja immer, dass das Meerwege kommt. Das ist ja immer das Problem mit dem Schluckern. Wie geht das aber? Wenns geht, freue ich ja ihn an sich. Ah, dann schaffen wir vielleicht diese Folge die Wiese, ne? Oh, ganz cool. Ne, hier ist auch immer so eine riesen Wiese. Ne, hier machen wir, glaube ich, die Lage. Dann haben wir aber auch jede Menge Bällen zu formen. Leck, ne, fett. Ich denke, das werden wir alle so mit dem Boden machen. Gucken wir es nochmal, boah. Seitdem der Kübel nicht richtig auf dem Glanz, ne? Ansonsten nehmen wir alle schöne Frontgabe auf. Wie gesagt, das ist ne schöne Stream-Aufgabe dann. Passt perfekt. Ich hab doch alle Hupen gemacht. Oh, ne, das durfte ja auch wieder nicht anders sein, ne? Das kotzt mich so an. Tag nehmen wir runter im Gas. Und Gas ist doch ne Sache, ne? Und Gas ist doch ne Sache, ne? So, wenn wir mal Schubrock hädeln. Zwei Mal, was du draufhörst. Hier. Hier. Hier oben oben oben, ne? Hier ist mir hoi. Guck mal, ob der Wind da, ne? Der Wind da geht, glaube ich, mit dem Tomlwanz. Na, da geht von oben oben. Schade. Oh, vielleicht fahren wir mit den Eicherwänden, ne? Jetzt haben wir die ganzen alten Schlepper noch. An den Hof. Da müssen wir auch noch legen und arbeiten, ne? Verweiter mit den Eicherwänden fahren gleich eben. Ist schon perfekt, ne? Bei dem stellen wir gleich auf die andere Fläche. Und der auch noch mehr hinlässe. Das ist aber mit dem richtig zu grenzen, ne? Aber läuft. Man kann nicht klappen. Mal gucken, was ich schon wieder hier. Guck mal, was ich schon wieder hier? Ich bin jetzt schon wieder hier. Guck mal, was ich schon wieder bloß hier? Die ersten Fläche. Und wo haben wir denn mehr? Die hat die S-Verschöne nicht mehr, aber nein. Das geht auch so. Puh. Wie viele der Bescheid in der Winterloch. Tritt man in die Mitte? Bescheid nicht zu viel sein. Dann passt sie noch. Schick. Aber hier auch nicht richtig unterfallen. Fakt, Leute. Gar nicht so uncool, oder? Töpfen, Leute. Da müssen wir gleich noch einmal das Fakt machen. Und dann bin ich das. Für diese. Wie gesagt, ich werde jetzt daneben an, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht so sicher, oder? Ich bin mir nicht so doppelt an. Nein, die Lauterbank vorne wollte ich nicht mehr. Ein bisschen Welle pissen. Das Problem bei der Fliegel ist, wenn du die ablegst. Dann rollen die durch die Gegend. Puh. Die Felder sind richtig verstanden. was ich? Ich bin nicht so sicher. Das ist die Verkaufgabe. ich weiß immer noch nicht welche doppel so leute ich sage jetzt aber erst mal danke fürs zukommen ist sie hier wenn es euch gefallen hat wenn es euch gefallen hat hier auf diesem chaos kann haben und ihr wollt nix mehr verpassen ich würde mich echt über ein abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten